Hallo meine Leute, heute spielen, also wir spielen nicht, sondern wir probieren ein paar Scripts aus für Roblox. Also ich habe ein neues Account gemacht, weil, also ihr fragt euch bestimmt, wieso ich ein neues, was ist mit meinem Account passiert? Also das ist mein Account, mein Alter benutze ich nicht für, weil ich jetzt Skills benutzen kann, wenn ich jetzt gebannt werde, dann wird das wirklich blöd sein, weil, ja dann, also ich werde jetzt nicht gebannt werden auf mein neues Account. Und halt, ich habe einen Account gemacht für diesen Executor. Na, hier sind auch die Scripts. Hier habe ich eins, es muss ein bisschen laden. Dann können wir es wieder benutzen. So, hier ist es ja auch, Leute, hier ist es ja auch. Wir werden, äh, zuerst mal, ich glaube, wir werden das benutzen, diesen ausprobieren. Dann werden wir, hm, lass mal. Wenn es sich ausgehen wird, Leute, also jetzt spielen wir das da, probieren wir jetzt aus. Wenn es sich ausgehen wird, Leute, dann werden wir, hm, dann werden wir, äh, mal sehen, mal sehen, was es hier so gibt. Und, also wenn es sich ausgehen wird, also wenn das da gehen wird, das da gehen wird, Leute, dann werden wir das ausprobieren. wenn es nicht gehen wird dann werden wir das ist kein was aus also wir starten jetzt mit Petsplitter X es gibt welche mit Schlüssel da muss ich ein Code von Schlüssel von irgendwo finden dann es eingeben damit es überhaupt geht aber ich nehme nur diese Keyless diese da wir sehen ob er überhaupt geht also es gibt viele die nicht gehen vielleicht ist es etwas mit meinem Handy verbunden oder mit selbst dem Script Executor den ich gerade benutze diesen da die machen wir jetzt weg na also wir benutzen mal diesen jetzt weißen ob er überhaupt geht es braucht alles gut ich kann nichts machen Leute es kann sein dass es viel zu viel für mein Gerät ist das sind auch nicht gehen bitte ich hätte es verändert nein schade schade das geht nicht Leute wir was würden wir dann ausprobieren ach so das wollten wir ausprobieren das denke ich wird cool sein ich gehe mal dorthin rein ok Leute wir sehen uns in DOS so Leute wir sind jetzt in einem anderen Spiel DOS das kennst du bestimmt wenn du mal in einem anderen Video gesehen habt das habe ich mal gespielt hat nur ohne Cheats so ich muss jetzt ein Exekutor hier von hier holen so was war das was war das so meine Leute jetzt öffnen wir es wir warten bis es ein bisschen ladet wir sind ladet bis es laget bis es langet bis es laget ho ho hallufen so was ist das oh ja da hunted fly Das ist ein Fleisch. No super, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Ich kann die Hände wegmachen. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Oh, das geht. Das geht auch. Okay, also ich habe alles ultra hell gemacht. Jetzt bin ich... Alter, meine Augen zu dir. Das sieht dich wie ein bisschen. Oh. Ich habe... Ich habe gerade hier alles... Ah, jetzt muss ich ein bisschen laden. Jetzt sind alle Wände einfach weg, Digga. Das ist ja übelst krass. Nein, Digga, hinter... Bruder, wie kann ich runtergehen? Ich fliege einfach hoch und da... Ich fliege einfach hoch und da... Ist euch das... Ich fliege einfach aus der Map raus. Ich kann nichts machen, Leute. Ich kann mich nur bücken, Digga. Ähm... Also die ersten zwei Sheets gehen nicht. Also er geht halt. Ich kann nicht aufhören zu fliegen. Ich sollte lieber das nicht hin drücken. Okay, Leute. Ich habe alles ausprobiert. Es geht nicht. Wie... Egal. Wir probieren halt ein anderes Spiel raus. Ich dachte, das hier so geil sein bei DOS. Aber egal. Ich kann nichts dagegen machen, Leute. Wir spielen ein anderes Game. Okay, Leute. Wir sind jetzt bei einem anderen Game. So, ich bin gerade erst reingekommen. Und... Ich glaube, diesmal wird es urkrass sein. So. Oh fuck. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Aha. Aha. So. Ne, das ist kein über das Small Games. Hm. Hier ist es. rebokey. Achso. Ich dachte schon alles kaputt. Was? Achso. Nein. Jetzt brauche ich glaube ich nicht. Oder? Nein das brauche ich nicht. Oha. Telepots. Mega VIP, VIP und VIP. okay okay also das kostet schon was aber wenn ich jetzt das die nutze ich bin hier einfach gratis das ist ja krass ich glaube das kostet so box das geht nicht oh mona sarakta what the fuck guck dir das an die haben noch gar nichts hingeschrieben die das sind einfach alle am uns ich dachte ich kann es unsichtbar werden das hat mich einfach gekillt da wurde ich hab da noch etwas gesehen Autoclick was Autoclick von 4 4 Autoclicker ach hier das Ding sagen wir nicht wahrscheinlich die Hitbox die Boxen ach so jetzt ich sende das ich gar nichts ich das das hatte ich wir warten noch auf eine zweite runde mal sehen ob das da geht und ob ich besser spielen werde wir warten die runde fängt an das noch gefunden ich werde nicht jetzt schon gekillt werden ich werde nicht jetzt schon gekillt werden nein ich bin zurückgeflogen ach so wir probieren schon diese wir probieren es schon neun minuten auslöte wir probieren jetzt was anderes auslöte mal sehen was ist probieren wir das weiß ich noch ausprobieren ich habe vergessen was ich ausprobieren wollte ich glaube das ist das team steps okay wir probieren sie selbst aus so wir sind drinnen kann ich von den rausgehen kann ich das alles weg machen ach so 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 leute warte was ist mein skript was ist mein skript das ist mein skript das ist mein skript das ist mein skript so leute ich von drin wir probieren es jetzt auf bitte es geht bitte es geht bitte es geht bitte es geht mhm 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 7 7 7 7 7 7 7 5 wundiger es braucht ein schlüssel warte leute ich probiere es trotzdem aus ich suche etwas anderes aus vielleicht finde ich etwas anderes ich habe es gefunden ich kann es fliegen ich kann es einfach fliegen ich muss einfach hier auf hier drücken und ich kann fliegen ich will bei diesen dort trinken ich will bei diesen dort trinken wieso ey guck mal ich kann fliegen achso das ist dann schön ich habe es nicht auf den tag den da reingedrückt ey ich habe es nicht auf den tag den da reingedrückt ey nicht verstehe ich verstehe einfach einen hier im verstehe mhm ich kann es nicht mehr ich kann es nicht mehr ich kann es nicht mehr so viel besser Leute ich kann es nicht mehr was ist ich kann es nicht mehr ich kann es nicht mehr sondern so jetzt kann ich hier ist stelle ich ich glaube ich darf es nicht benutzen das ist es ist trotz noch im kurs das überhaupt geht wieso sterb ich dort das hat er den ganzen spaß vielleicht ist das besser leute ich will mich so verarschtig ja es hat es ist gegangen leute wir probieren jetzt das letzte game der wir ich habe wenig zeit also ich bin schon lange fast halbe stunde ich muss jetzt was anderes ausprobieren leute aber dieser diesmal muss es übelst gut ich bin gerade so viel schläge es gibt es egal ich zeige es euch einfach ich zeige es euch einfach leute so leute ich hab den skriptor headbox bpn angeschaltet jetzt gibt es und ich kann um endlich lang springen dass wir diese aus hätten kennst du wahrscheinlich nicht nicht aber der es kennt er kennt es so diese es ist uhr easy mit diesen in box ich muss nur die schwarzen dinge treffen bpn 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 egal vier kills in ein paar sekunden zu machen das ist schon schwarze es war oh an w ich w 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 tu Ich glaube, das ist so krank. Yo, yo. Digga, guckt euch das an, Digga. Ich habe einfach in ein paar Sekunden elf Leute getötet. Hey. Boom, 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 boom. Easy, 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 easy. Easy win, Leute. Ich habe schon 15 Kills, Digga. Oh, scheiße. Aber 16 Kills in ungefähr zwei Minuten. Das ist so krass, Leute. Zu krass, Leute. Oh nein. Digga, die laufen selber da rein. Digga, die laufen selber da rein. Digga. Ich bin sicher, bald wird jeder schreiben, Hacker Digga. Wenn ihr wollt, Leute, ich kann so weiter euch Dings ähm, weiter solche Scripts zeigen, äh, ausprobieren, wenn dieses Video ein paar Likes bekommt. Also, wenn ihr schon genug Likes bekommen wird, dann mache ich, äh, so weiter. Wenn es populär wird oder sowas ähnliches. Äh, Digga. Äh, Digga. Es gibt's noch etwas, Leute. Ich, und das ist ultra krass, Leute. Das wird einfach ultra krass. Und wenn ich schon bald das Video beenden werde, dann zeige ich euch das. Puh, das ist einfach ultra krass, Leute. Boom. 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 Oha, wie viele. Wow. Trotzig noch jemand? Oha, ich hab schon 21 getötet. 23 es ist eigentlich nur mal so viele kids zu haben und von Kalko Kalka traut dich traut dich 25 jetzt habe ich schon leute es hat noch keine etwas in den Chat geschrieben gestreben nein ich dachte er wäre schon tot 28 ist wie viele ich hatte zu vergleichen da sind meine Rekorde die ich schon mit diesem Skript gemacht habe mein schlechtes Rekord war 15 Kills 15 und das ist schon viel zum Vergleich zeige ich euch wie viel ist es bei den anderen ist guck der Beste hat 44 Kills und 38 Kills ich bin 38 mal gestorben ich bin 3 mal gestorben und habe 48 Kills gemacht hier hier Digger guckt im Vergleich er hat 0 getötet und 3 mal gestorben so ok Leute es ist Zeit euch diesen krassen Cheat zu zeigen ich schreibe ok ich sag's euch einfach es ist ich kann einfach alle blind machen die werden einfach nicht sehen ich schreibe es das in den Chat sowas hey nein das kannst du nicht machen das kannst du nicht machen und dann mach ich jetzt so an in diesem was wie hast du das gemacht so guys do you one some magic ok ich bereite tischungen ok so 1 2 2 boom boom und alle sind einfach blind die sehen gar nichts guck 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 die sind blind Digger die sehen einfach gar nichts die checken gar nichts die stehen einfach hier rum und checken gar nichts was ist los die warten bis es weg geht weil es das mit diesem Ding geht aber das bleibt für ein paar Sekunden Punkt Punkt aber wenn ich diesen Cheater anmache da wird es für immer bleibt es da mi haki ich glaub das heißt auf andere Sprache ob ich ein Ecker bin ok yes brr oh mein Gott das ist so krass es haben einfach die Halber hat einfach voll verlassen wot wot oh mein Gott ich bin einfach jeder boss ey oh mein Gott das ist so krass ha 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 Oh mein Gott, was ist er? Die Feindlichen Füße ist anders rein, do you want friends? Wir sollen Freunde sein, mit der Schreim Oh mein Gott, ich finde das einfach so krass, Leute Ich kann einfach alle blind machen Und einfach alles machen, was ich will Ich glaube, du hast verlassen Nein, der hat nicht Mal wartet, was sie gleich antworten wird Der macht, der startet nicht noch eine Runde Der eh blind ist, egal Oh mein Gott Hat ich verlassen? Ja, hat verlassen Ich bin einfach an einem Server So leicht kann man einfach Leute Einfach aus dem Server rausschicken Wenn dein Freund den joinen will Aber halt, wenn der Trainer wird Ich glaube auch blind sein Egal Egal, du kannst theoretisch einfach alle Sozusagen einfach rauskicken Zwei sind Es sind einfach zwei gedrängt Sehen die etwas? Wo sind die? Ich glaube, jemand hat mich reportet Aber das juckt mich nur Die werden gleich wieder auch verlassen Easy win Easy win, Digga So leicht kann man Kills bekommen Halt, man muss warten Bis nach irgendwer joint Alle verlassen Dann entscheidet wieder jemand Dieser Alika joint nicht Also es ist statt die Runde nicht Egal Leute Das sind die Scripts Wenn ihr wollt Dass ich weiter so mache Euch Scripts zeige Kann ich auch Ähm So weitermachen Aber vielleicht bei nächsten Videos Oder Wenn Alle Wenn ihr wollt Auch sowas haben Also Wenn ihr die Scripts wollt Oder den Executor Schreibt es einfach bei Kommentaren Ich schreibe euch den Ich gebe euch den Link bei den Kommentaren Zu diesem Executor Damit man das Warte wüsste Achso Da Damit man das bekommt Und da ein paar Scripts schreiben kann Hier Oder man kann einfach von Google Link äh Flirteis Runterladen Also man schreibt es so Das heißt Hier So schreibt man das Hier kann man auch Scripts suchen Oder Einfach bei YouTube suchen Oder bei Google Ja und dann muss man halt diesen Äh Kopieren Da ihn setzen Und dann hast du es schon Dann kannst du einfach Da bist du theoretisch Einwäcker Digga Ist uhr krass Dass sowas geht Ich dachte Das ist unmöglich Ich hab früher einfach nur HappyBot benutzt Egal Leute Ich muss jetzt das Wieso beenden Ich muss nicht Aber ich will Der Video dauert schon uhr lange Ich hab langsam kein Bock mehr Äh Halbe Stunde Halbe Stunde ist es schon Geht das Video Okay ciao Ciao Leute Abonniert den Kanal für mehr solche Videos Oder liked Vielleicht wenn es euch gefällt Wenn es euch gefällt Also wie Wie schon gesagt Werde ich weiter so machen solche Videos Aber halt Da werden schon Die Links direkt schon unter dem Ähm Unter dem Beschreibung sind Oder Wie Ich Egal Ich schreibe es einfach bei kommentare Bei Beschreibung Ja Bei Beschreibung Ja Ciao Leute Ciao Und gleich machen wir so Ciao